Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Klärungen. Lasst uns hier verschwinden. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Klingt gut. Wenn ihr möchtet. Aber wir müssen einen Weg finden, diese Falltür zu öffnen. Wo ist eine Falltür? Ich habe gesehen, wie die Wachen Leichen in diese Richtung geschleppt haben. Das könnte ein Ausgang sein. Speichern. Ruhe. Oh, Gold. Ja, weiß ich so. What the fuck? Mist. Der macht mich mehr. Ich habe es gesagt. Er macht mich mehr. Das ist ganz schön kacke. Ja, lenkt sie ab. Ich töte sie. Ähm. Das ist nicht gut. Tot ist stark überbewertet. Mist. Ihr seid nichts. Seid ein großer Hund, der auf meinen Befehlen wird. Mist. Kacke. So, und zwar rüsten wir aus. Den Streitkolben auf der 5. Todeszeichen. Das heißt, wir schreien. Aber, Sekunde, bevor wir... Mist. Ich möchte schauen, was der Schrei bewirkt. Schrei und deine Stimme wird zum Bote des Untergangs. Der Rüstungswert und Lebenskraft eines Gegners schwächt. Gewicht. Oh, ich will noch... Oh! Oh! Bam! Ihr miesen kleinen... Geschöpfe! Heimalbohr. Die Talmohr werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wie... Sekunde... Sekunde... Magie... Magie... Moin, na... Heilung... Auf der 3. Achso, auf der 3. Wir heilen uns mal. Der hat noch einen Test dabei, einen Falt-Türschlüssel, äh... Das da, das da... Ähm... Stahlstreitkolben ist aber nicht besser als unsere... Die sind nicht... Das ist wertvoll, das ist wertvoll. Nein. Den. Na, der hat einen Elfenstreitkolben. Den könnten wir mal einsetzen. Also, vorher verfeinern und dann einsetzen. Althorwein, Falt-Türschlüssel, bräuchten wir nicht nochmal, aber... Aus-Prin, ein Stahl-Spirt... Hm, brauchen wir nicht. Eine Frage, schauen wir uns gleich mal an. Wir tragen jetzt... Den... 15er und das ist ein 18er. Das heißt, sofort ausrüsten. Joop, der ist doch ganz nice. So, jetzt sind wir hoffentlich endlich bald aus dieser Scheiß. Botschaft. Die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wert. Mist! Laden. Drei! Speichern. Ich mach mich aus dem Stahl. What the fucking troll? Das ist alles andere als nice. Nein! Stirb, troll! What the fuck? Wer... Okay, zuerst anschreien! Wichtig! Ich mach mich aus dem Stahl. Hö, 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 hö. Hö, 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 hö. Ich hoffe, der kommt hier nicht hoch. Scheiße, das für keinen Bock. Der kommt hier doch nicht hoch, oder? Ich ging euch um, wenn ich es muss. Lydia! Da bist du ja wieder, alte Sau! Wir suchen mal diesen kleinen Typen hier. So. Das ist ein ungewöhnlicher Stein, ein Beutel mit dem Dietrich drinnen, ein Geldbeutel von Zeitalterndam. Vor den Zeitaltern der Menschheit! Und wir sind eine Stufe gestiegen! Juhu! Ja, ja, kümmert ihr euch mal um den Eistroll. Wo ist denn der? Hallo, Eistroll! Kiii! Oh, fuck! Oh, nein, 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 nein. Ganz schlecht! Ey! Du kleines, dummes Trillchen. Inzwischen erledigen wir Tolle, bei ein paarmaligem Versuch, äh, sorry, mit der Dietrich im Gold und den Silberring. Dein Tod war nicht umsonst! Außerdem hätten dich die Talmus sowieso fertig gemacht. Beim anderen ist dasselbe! Kann man also sagen, wir haben, also, beziehungsweise dieses Tolle, hat sie ja eigentlich vor einem sehr unangenehmen Leben bewahrt. Sterb! Das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. Sekunde. Neue Stufe! Uuuuh! Wir erhöhen mal unsere Gesundheit! Jupp. Und wir verbessern mal probeweise. Verstärkter Frost. Blitzzauber. Verstärktes Feuer. Eklur. Flammenmeer. Was könnten wir sonst noch machen? Veränderung. Verzauberung. Schmiede. Wehrrüstung. Blockieren. Zweihändig. Einhändig. Könnten wir mal probieren. Äh. Einhändig. Juklor. Hallo. Drache. Alter, jetzt ist das Vieh noch so feig und rennt weg. Ich glaube es ja nicht. Könnten wir theoretisch schnell... Weiß man nicht. Sind hier irgendwo... Ah. Könnten wir theoretisch... Das sind Feinde. Scheiß Drache. Drache. Ich hasse dich. Hallo. Jo. Weiß ich. Äh. Ihr geht vor. Ich folge. Scheiß Drache. Verpiss dich. Ki. Ki. Der Drache kümmert sich um den Wolf. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Scheiß. Scheiß Wolf. Piss dich. Scheiße. Das ist jetzt gerade ganz ungut. Äh. Wir sind noch schweißer. Nein. Mist. Sekunde. Ich muss mal kurz was snacken. dann ein Süßkuchen und das auch mal ein bisschen das war jetzt gerade wieder sehr ungut und zwar ist mir das Spiel abgestürzt keine Ahnung warum ich nehme mal an das keine Ahnung ich weiß es nicht ich öffne es noch einmal Steam konnte einige Tateien nicht synchronisieren und hier sind wir auch schon wieder das finde ich ja ganz besonders schön warum immer warum ich hab doch schon alles ausgeschalten außer Steam und die wichtigsten Sachen halt Audiokarte und so ein Schmorg aber bitte ich kann ich kann ja nicht mein Computer ausschalten und kurz haben wir schon gesnackt ähm ich glaub das ist nicht so ja wir haben schon gesoffen Plutaten Bücher Schlüssel nein das können wir ja nicht essen oder nehm ich hier mal nicht an dass wir das fressen können warum ist Alto Wein ein Zaubertrank oder waren wir gerade bei ALDE ja wir waren bei ALDE kleine Missgeburt die 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 erster Lydia ähm du lässt mich jetzt nicht im Stich nehm mich Das war doch nicht! Nein, nimm nicht mich! Nimm nicht mich! Objekte, äh... Zutaten... Äh... Hehehehe... Äh... Es ist es... Äh... Nein, äh... Äh... Scheiße! Ist irgendwie ganz ungut gerade! Hehehehe... Kennen geht's hier nicht irgendwas aus? Naja... Das haben wir an... Das... Drang geht's auch noch mal... Äh... Das ist es es... Das hat an dich... Das hat gar keiner gestern... Hehehehe... 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 Das ist irgendwie ganz ungut... Ja... Mist! Mist! Es war ja... Irgendwie... Ja... Schon... ...klar... Ja... Ja... 3... 3... 3... 3... Das war... Gar nichts! Fuck! Ah... Er... Das ist ja... Das war ja... 4... 3... ... 3... Mist Fuck Mist Das ist jetzt irgendwie ungut Unsere Gesundheit ist nicht die allerbeste Was tut diese Missgeburt da? Oh Mist, habe ich ja bestimmt nicht zu spät gesehen Hallo Ähm Dir ist schon klar, dass das ein Drache ist Und du ein Ork bist und ich ein Drachenblut Ein geborener Drachentöter Ist also nicht gerade Die aller allerbeste Idee Moin Fuck Mist Mist Es war klar Es war klar Es war ganz klar Es war so klar Alter Ihr seid so katsch Hier Wo ist der Scheiß Jetzt nochmal volle Gesundheit Fuck What the fuck Er hat uns gefinisht Äh Das ist jetzt irgendwie uncool Mist Äh